Anlässlich des 525. Geburtstages von Adam Ries in diesem Jahre wurde vom Adam Riesbund eine neue und erste umfassende Biografie des größten deutschen Rechenmeisters herausgegeben. Am Dienstag wurde diese in Annaberg-Buchholz in der Rechenschule des Adam-Ries-Hauses vorgestellt. Die Neuerscheinung Adam Ries, Leben und Wirken des bedeutendsten deutschen Rechenmeisters, beruht nicht nur auf den bereits bekannten Fakten, sondern auch auf zahlreichen neu erschlossenen Quellen.